Sie haben einen ganz besonderen Charakter. Einen, an dem wir gemeinsam hart gearbeitet haben. Holt mich raus! Sehr gut. Alle Ergebnisse sind normal. Irgendwelche Auffälligkeiten? Nein. Nein, es geht mir gut. Mama! Hi, Schätzchen! War die Reise? Langweilig. Äußerst langweilig. Unser nächster Vertrag ist ein ziemlich großer. Das Ziel ist John Parr, CEO von Kooperationen außerhalb der USA. Das ist das Gesicht von Colin Tate. Wir können uns hier keinen Fieber tun. Alles klar. Was ist heute mit dir los? Was meinst du? Ich bin in Position. Brauchst du Hilfe? Bringen wir es zu Ende. Was machst du denn hier? Ich scheine nicht abdrücken zu können. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, was sie mir angetan hat. Verstehst du das? Sie sagten, dass sie zu einer Gefahr werden können. Wo ist sie? Wo ist deine Frau? Komm raus oder ich tu's! Manchmal ist das alles, was es braucht, wie eine winzige Fragentur. Dieser kleine Gedanke. Um die Kontrolle zu verlieren. Wo ist sie selber? Ich muss sie auch sagen. Uf! Wir haben, was sie nicht? Ich muss sie nicht abknut. Sie sind ja nicht abknut. Ich muss sie nicht abknut. Ich muss sie nicht abknut. Ich muss sie auch nicht abknut. Wir haben ein paar Dinge. Aber wir sehen uns nicht abknut. Wir sehen uns ab